Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Ich möchte heute mit euch, mit den Anfängern, wirklich mit den ganz, ganz Anfängern, die das Spiel überhaupt noch gar nicht besitzen, einfach mal ein bisschen über Eurotrack Simulator quatschen und euch einfach mal zeigen, wie man überhaupt richtig startet in Eurotrack Simulator. Für diejenigen, die jetzt wollen, zu sehen, wie man denn am besten einen Account startet, drückt doch einfach mal hier oben in die Ecke. Da werdet ihr auf jeden Fall ein Video finden, wo ich den perfekten Start betitelt habe und euch erklärt habe, wie ich das machen würde. Um überhaupt in Simulationen reinzukommen oder explizit für Eurotrack oder American Truck Simulator, muss man natürlich wissen, mag ich dieses Spiel überhaupt? Und möchte ich überhaupt relativ viel Geld, weil Simracing kostet viel Geld, überhaupt investieren für Eurotrack Simulator oder American Truck Simulator? Ich habe mir beispielsweise, weil ich so ein Riesenfan bin, habe ich mir hier so eine Box selber gebastelt mit Zündschloss, nur einfach, damit ich das ein bisschen in Anführungszeichen realistischer habe. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze baut, guckt doch auch gerne mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich auf jeden Fall ein Video verlinkt für eine Buttonbox, aber darum soll es heute einfach gar nicht gehen. Um Eurotrack Simulator oder überhaupt in Simracing reinzukommen oder Simulationen, um in Simulationen reinzukommen, würde ich euch wirklich empfehlen, spielt von Eurotrack Simulator die Beta. Da könnt ihr, glaube ich, ungefähr 10 Stunden fahren, ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch nur 2 sein, ich bin mir wirklich da nicht sicher. Da könnt ihr einfach mal die Beta spielen und einfach mal gucken, ja, finde ich das überhaupt gut. Am Ende des Tages werdet ihr hier ganz normal mit einer Tastatur fahren müssen und nicht mit einem Lenkrad oder mit einem hochwertigen Lenkrad, wenn ihr das alles noch nicht zur Verfügung habt. Ganz wichtig. Darauf kommen wir aber auch noch später zurück. Wenn euch die Beta schon einigermaßen zugesagt hat und gesagt habt, ja, darauf hätte ich Bock, könnt ihr euch das Spiel kaufen. Es gibt x-tausende Edition, von Gold Edition zu Complete Edition zu einer Europa Edition und noch eine Thousand Edition, bin ich der Meinung. Ihr seht ja hier gerade überall Screenshots, da muss man ja halt auch einfach mal sagen, welche Edition soll ich mir kaufen. Da müsst ihr euch natürlich jetzt überlegen, wie spielt man das Spiel. Am Anfang würde ich euch empfehlen, ganz viel spielt mit Maus und mit Tastatur. Es ist halt einfach so, man möchte jetzt nicht unbedingt direkt für ein Spiel 300 Euro für ein gutes Lenkrad ausgeben, beispielsweise und noch einen Ständer dazu. Sondern man möchte erstmal wirklich testen, mag ich es wirklich überhaupt so gerne, dass ich mir überhaupt ein Lenkrad kaufen möchte. Alternative, Maus und Tastatur kosten ja auch immer relativ viel Geld. Es gibt auch günstige Lenkräder für 70, 80 Euro. Da ist natürlich die Qualität nicht besonders gut und die Lenkräder sind sehr viel aus Plastik und es fühlt sich alles ein bisschen schäbig an. Aber am Ende des Tages funktioniert es trotzdem mit diesen Lenkrädern. Das könntet ihr euch beispielsweise auch kaufen, also entweder spielt ihr das mit Maus und Tastatur oder ihr habt beispielsweise ein wirklich sehr günstiges 70, 80 Euro Lenkrad geschossen und spielt erstmal damit die ersten, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal beispielsweise, also ich habe die ersten 50 Stunden mit tatsächlich einer Tastatur gespielt, bevor ich mir dann überhaupt ein Lenkrad gekauft habe. Für die Leute, die natürlich schon ein Lenkrad zur Verfügung haben, weil sie Formel 1 gespielt haben oder sonstige Sim-Racing-Titel, für euch ist Jackpot einfach anschließend spielen. Habe ich natürlich auch ein Video in der Videobeschreibung unten. Und da habe ich euch gezeigt, wie man das alles verlinkt und überhaupt die besten, ja, die Knöpfe, ja, die besten Knopfeinstellungen, so betiteln wir das Ganze. Wenn euch Eurotrack Simulator 2 so dann gefallen hat, würde ich auf jeden Fall mir alle DLCs kaufen. Warum würde ich mir alle DLCs kaufen? Erstens, ihr habt viel mehr Strecke und die DLCs sind wirklich wunderschön. Zweitens, ihr habt Zugriff auf einmal für Pro-Mods. Pro-Mods hat natürlich gewisse Anforderungen, welche Map-Karten man alle haben muss. Und das sind fast alle DLCs, die man haben muss, um überhaupt Pro-Mods spielen zu können. Dementsprechend müsst ihr entweder die ganzen DLCs nacheinander kaufen oder ihr kauft sie alle auf einmal. Aber die sind wirklich sehr teuer bei Steam, da solltet ihr euch mal umschauen. Dann fangt ihr an, wirklich Mods euch hier runterzuladen und dann könnt ihr ETS 2 mit den ganzen Mods spielen. Damit macht es auch deutlich mehr Spaß. Und zum Schluss, Crème de la Crème, so wie ich eben gerade schon gesagt habe, installiert euch Pro-Mods. Wirklich super, super geil. Wenn ihr immer noch mit einem billigen Lenkrad das spielt oder zum Beispiel noch mit einer Maus und Tastatur, könntet ihr euch überlegen, ein hochwertigeres Lenkrad zu kaufen. Ich habe mir beispielsweise das T300RS GT von Thrustmaster gekauft. Ich bin wirklich super zufrieden damit und die Qualität ist wirklich 1A und es macht wirklich Spaß. Ich kann das Lenkrad einfach abnehmen, könnte neue Lenkräder draufpacken, könnte auch damit andere Simulationsspiele wirklich super einfach spielen, wenn ich mir einfach beispielsweise für Formel 1 ein extra Lenkrad kaufe. Wenn ihr ein besseres Lenkrad habt oder immer noch zufrieden seid mit Maus und Tastatur oder mit dem etwas günstigeren Lenkrad, da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel so Buttonboxen oder Side-Panels bestellen. Für die Leute, die eine Tastatur haben, da ist natürlich die Frage, braucht man das, braucht man das nicht, ist natürlich die Frage. Jetzt schreiben wahrscheinlich auch die einen oder anderen unten in die Kommentare, hä, wieso benutzt du nicht einfach dein Elgato Stream Deck? Dann brauchst du nicht eine überteuerte Buttonbox. Ich persönlich bin ein ziemlich großer Fan von der Buttonbox, ich bin kein Fan vom Stream Deck. Ich liebe mein Stream Deck, versteht mich nicht falsch, aber nicht für Eurotrack-Simulator. Da würde ich wirklich immer auf meine Logitech-Side-Panel gehen von dem Landwirtschaftssimulator, darauf würde ich gehen, das funktioniert am Ende des Tages wirklich viel besser als mein Stream Deck von Elgato. Und wenn ihr dann richtig, richtig gut seid, dann baut ihr euch hier so eine Kiste mit Zinschloss, wo das alles richtig funktioniert, mit Kippschalter. Damit macht das Spiel auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als einfach nur, keine Ahnung, acht Knöpfe beispielsweise zur Verfügung zu haben. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt und auch alles schon durchgeführt habt, seid ihr natürlich sehr tief in der Materie hier mit drin. Was ich euch jetzt noch empfehlen kann, ist erstens mehr Modifikationen, zweitens unbedingt Promods und Rust Map angucken, drittens Truckers MP. Truckers MP einfach runterladen und dann könnt ihr auch einfach online spielen. Für die Leute, die direkt Truckers MP kaufen wollen und einfach LKW fahren wollen mit Online-Feature, könnt ihr natürlich auch machen, aber für Truckers MP würde ich euch wirklich ein bisschen empfehlen, einfach mal ein bisschen reinzukommen, die Maße abzuschätzen, wie verhält sich der LKW in der Kurve, wie fahre ich wirklich rückwärts und sowas. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Truckers MP einfach installieren, dann loslegen und perfekter. Zuallerletzt, das ist jeder von uns noch ein Anfänger oder mehr gesagt die meisten von uns, Spielstil wird konstant verbessert. Jeder war Anfänger, jeder war Noob, keiner wusste, wie man perfekt den LKW drehen muss, damit er wirklich gut da reinkommt. Das ist natürlich eine Sache, die kommt mit der Zeit. Ich habe jetzt erst 650 Stunden in Eurotruck-Simulator und da fehlen trotzdem noch ein bisschen Handgriffe, damit es alles noch ein bisschen noch flüssiger läuft. Oder jeder Trailer ist ja auch unterschiedlich, da muss ich auf jeden Fall noch relativ viel lernen. Aber am Ende des Tages würde ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Meister, aber ich bin schon auf jeden Fall sehr fortgeschritten. Und das ist halt das, was ich meine. Jeder muss sein Spielstil einfach verbessern, jeder ist Anfänger. Und irgendwann ist man dann halt auch wirklich so weit, dass man dann beispielsweise Profi oder Meister oder Legendary ist, dass man nur noch in der First-Person-Edition spielt oder First-Person-View spielt, so wie die 90% oder 99% aller Spieler das heutzutage schon fast machen. Finde ich deutlich angenehmer. Irgendwann habt ihr beispielsweise auch drei Moni... Drei. Drei Monitore, so wie ich, dass ihr wirklich einen Triple-Monitor-Setup habt. Das ist natürlich das Beste. Das war es auch schon wieder mit dem ganzen Video. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch helfen mit diesem kleinen Video und habe euch einfach mal ein bisschen erzählt, wie man mit Eurotrack-Simulator am besten anfangen würde. Ich hoffe natürlich, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Video. Haut rein!